Was ist das Schöne in Augsburg? Das Schöne in Augsburg ist der hohe Freizeit- und Erholungswert in der Stadt. Wir haben die wunderbaren Plätze in der Innenstadt, die neu gestaltete Fußgängerzone oder auch die Beertachauen. Alles das trägt zur Lebensqualität bei, aber auch ein gutes und qualitativ hochwertiges Kulturleben. Ich freue mich, dass wir gerade hier in einer Aufbruchssituation sind mit dem neu zu gestaltenden Theaterviertel, den neuen Institutionen im Textilviertel, wenn wir an die Archäologie oder das Stadtarchiv denken, wie aber auch die Entwicklung des Gaswerks zu einem Kreativquartier. Die Stadt ist im Aufblühen und hat eine lebendige kreative Szene. Das tut ihr gut und ich lebe gerne.